Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaktion Video auf dem Kanal Kelsonscredible mit Elvicarum. Und zusammen gucken wir uns weiterhin vietnamesische Musik an und zwar haben wir hier Huaphox mit Dang Min. Zu Huaphox habe ich schon mal Reaktion gemacht, einen DJ, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, bin gespannt wie das Lied ist. Fangen wir mal an. Cho Mo Dong Tin Na, wenn ich es richtig auch zu kochen habe. Let's go. Achso, die sind in einem Schwimmbecken. Stimmt, ja. Oh, schöne Haarfarbe. Ja. Ist ja so chillig, ruhig. Ja. Ich merke, die meisten Musiker haben immer so 4k, 5k. Ja. Das ist voll krass. Ich brauche so einen Fernseher, dass sowas schafft. 5k. Der kann sich smooth bewegen. Mit Choregapie. Ja. Nicht schlecht. Ich brauche so chillig. Ja, ja. Oh, ja. Oh, schöne Settings. Das ist super schön. Oh, das Video. Ja. Oh, 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 ja. Ich muss sagen, ich mach das echt. Ja. So, das war das Lied. Richtig nice. Gib mir auf jeden Fall ein Like. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Lied zu dem Video in die Kommentare. Falls ihr weitere V-Pop-Reaktionen sehen möchtet, vergesst nicht ein Abo dazulassen. Falls dir das Video gefallen hat, lass ein Like da. Und ja, dann sag ich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, der Haas, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Bye, bye.